Im Wettbewerb um die besten Köpfe müssen Sie Ihre Organisation für junge Menschen attraktiv machen und das vorhandene Know-how der Älteren im Unternehmen halten. Das geschieht durch systematisches Management einer gesundheitsförderlichen und motivierenden Unternehmenskultur mit einem thematisch breiten Spektrum an Einzelmaßnahmen, bedarfsgerecht und aufeinander abgestimmt, kurz betriebliches Gesundheitsmanagement. Der Studiengang fokussiert vier Kompetenzfelder. Management, Psychologie, Forschungsmethoden und Theorie-Praxistransfer. Damit sind Sie optimal darauf vorbereitet, Gesundheit im Betrieb zu steuern, Menschen zu Gesundheitsverhalten zu motivieren, die Wirksamkeit des eigenen Tuns zu überprüfen und dabei immer den Blick auf die Praxis zu richten. Dieses Masterstudium eignet sich besonders für Menschen, die bereits im kaufmännischen Bereich, in sozialen oder Gesundheitsberufen tätig sind. Sie werden dazu befähigt, Organisations- und Arbeitsstrukturen evidenzbasiert und gesundheitsförderlich zu gestalten und die Auswirkungen zu evaluieren. Sie sind also Teil der Organisationsgestaltung mit dem Ziel, das Engagement und die Leistungsfähigkeit der Belegschaft zu optimieren. Nach dem Studium sind Sie in der Lage, betriebliche Gesundheitsprojekte für Unternehmen unterschiedlicher Größe zu leiten und zu evaluieren. Sie können gesundheitsbezogene Trainings, Beratungen und Coachings für Beschäftigte durchführen und Sie können betriebliche Eingliederungsangebote für Angestellte nach längerer Krankheit organisieren. Sie wollen mehr darüber erfahren, wie man die Gesundheit der Belegschaft fördern kann? Sie interessieren sich, wie man durch Gesundheit Mehrwerte in Unternehmen erzeugen kann? Dann klicken Sie auf den Link in der Beschreibung und schauen Sie sich unseren Masterstudiengang Betriebliches Gesundheitsmanagement näher an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017